Na gut, wir, das wird schon irgendwie funktionieren. Äh, Klemmbrett. Danke. So, das Klemmbrett. Da müsste jetzt draufstehen, wer welche Anfrage hat. Ach, scheiße. Muss eh zum Rathaus. So. Hab' ich wieder Hunger? Äh, ich hab' wieder Hunger. Da, 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 du, dida, da, da, du, du, du... Ich weiß noch nicht, wofür der hier gut ist. Ja, schön, dass du dich rumkümmerst. Ich bin begeistert. Hier, also acht Stück, 16 Stück. Viel Spaß damit. Wie sieht das eigentlich hier im Lagerhaus aus? Wird hier mittlerweile... Oh, hier wird ja fleißig eingelagert. Uh, die holen ja mal gute Sachen da unten aus der Mine raus. Hallöchen. Redstone, Abslazuli, Kohle ohne Ende. Enttäuschung ohne Ende. Ja, Enttäuschung ohne Ende, sagt ich ja. Bruchstand ohne Ende. Oh, Smaragd. Cool. Ein bisschen Redstone. Stickies. Und Golderz. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht weiter? Welchen hast du denn jetzt fertiggestellt? Den hier vorne, ne? Ja, perfekt. So. Perfekt. Tiago, ich überhole dich noch. Hab dich. Du bist... Nee. Kriegst mich nicht. 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 Er ist da. Hab dich voll abgehangen. Ich muss mal eben kurz mein Rad ausverknüpfen. So. Okay. Zeige nur wichtige Anfragen. Da ist. Hat das Warehouse. Wieso hat das Warehouse anfragen? Wieso? Wofür braucht ihr Platin? Wofür braucht Birkenstämme? Wofür braucht Birkenstämme? Diamanten. Steinhauer. Warehouse, 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 Warehouse. Ach, die brauchen eine Spitzhacke wieder. Okay. Das Schöne ist, wir können jetzt nach Hause und die ganze Liste abarbeiten. Green Clay, Oak, Schingel. Oh, das wird nicht gut. Francis braucht Papier. Jakob braucht das. 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 Sie braucht ein Schwert. Stiefel. Der Schmied braucht... Baut der jetzt drei oder sechs Diamanten? Oh. Irgendwas hat sich resolved. Irgendwas hat sich erledigt. Was hat sich denn erledigt? Was ich doof finde, hier steht auch nicht, was jetzt, äh, gerade schon geliefert wird. Das ist ein bisschen doof. Ja, die Liste, die ist ja kurz. Toll. Hi. Hör mal, Schätzlein. Hier hast du das schon mal wieder. So. Ah, mit dir wollte ich sprechen. Also, du brauchst einen Kohleblock, ja? Ziegeltreppe, Grisse. Rissige Steinziegel. Ja, wie soll ich die denn herstellen? Schmelzofen. Hierbleiben. Na, warte mal. Aus dem Schmelzofen. Scheiße. Der ist jetzt da reingefallen, ne? Verdammt. Ja, wir gehen mal kurz nach... In unsere Siedlung. Also nach Hause. Vor allem sind wir in unserer Siedlung. Weil wir haben hier unten auch noch irgendwo Schmelzöfen. Habt ihr noch einen Schmelz... Ich hätte doch hier irgendwo noch einen Schmelz... Da! Einen Schmelzofen brauchte sie. So. Einen Schmelzofen hat sie gebraucht. Sind das jetzt nur die wichtigen, oder? Ne. Na doch, waren nur die wichtigen. Federn. Ja, ich weiß. Wir brauchen Federn. Dreimal Netherrack braucht sie noch. Ich weiß nicht mehr, wo ich Netherrack hingetan hab. Das müsste... Fuck. Ich hab nur einmal Netherrack. Was ist das denn? Gloomy Netherrack. Ja, GG. Muss ich jetzt echt in Nether? Oh, ich will aber nicht in Nether jetzt. Ich mach alles. Aber nicht in Nether jetzt. War mal Netherrack. Ja, wir gehen in Nether. Achso. Über den Stonecutter gesprungen. Moin, was gespawnt? Nein. Okay. Das ist Gloaster. Äh, das ist Magma Cube. Wir haben echt keinen Netherrack, ne? Wer nimmt so einen Netherrack? Auf in den Nether. Server, es tut mir sehr leid. Du musst mir mal eben kurz den Nether vorbereiten. Auch nur ein Chunk vom Nether. Mehr brauch ich nicht. Aha. Ja, dann auf in den Nether, ne? Tut mir leid, Server. Ja, Server hat gerade keinen Bock. Ach, die fiege ich ja schon wieder. Oh, ein Spore Creeper. Das ist ja nett. Nett. Nett, wo wir es spawnen. Ah, doch. Server hat Bock. Weißt du was? Dafür nehme ich mal... Nimm ich die hier. Ach, das geht damit gar nicht, ne? Oh, hier sind wir. Ich hab vergessen, was hier hinter war. Ich find die Dinge halt so nervig, ne? Wie heißen die? Whites. Die sind nicht gefährlich, sind aber nur nervig. Und die Spore Creeper sind auch aber nur nervig. Aber wir haben ja einen Bogen. Easy. Ey, sag, für uns ist hier unten eigentlich nichts ne Gefahr. Halt, alles nur nervig. Wo sind die Spore Creeper da hinten? Oh, ob ich die erwische? Ah, natürlich spawnt der jetzt. Was auch sonst? Hier unten sind halt schon Sporen. Ah, komm, was soll's. Gehen wir halt hier her. Na ja, schwein jetzt auch mehr, die Klappe. Oh, die Spore müssen wir zerstören. Weil sonst haben wir nämlich... Hi. Jetzt haben wir nämlich gleich richtig Spaß. Na, hast du Fresh bei euch? No. Wie süß. Ich hab hier keine Angst vor dem Neta. Hier ist halt nix mehr, was uns irgendwie gefährlich werden könnte. Nach noch XP. Nett. Ich hab halt nur keinen Bock hier zu sein. Weil ich mag den Neta nicht. Auch in 1.16.5 in der aktuellsten Minecraft-Version mag ich den Neta nicht. Ich weiß aber, dass wir sowieso noch bald sehr lange im Neta sein müssen. Weil wir noch ein Fortress suchen müssen. Und da müssen wir die Lohnrouten uns besorgen. Das wird alles noch sehr lustig. Schön ist, mit unserer Spitzsage können wir einfach hier links klick gedrückt halten. Und innerhalb von ein paar Sekunden haben wir hier fast ein kompletter Stack wieder voll. Ach, Klappe. Hey, Bruder. Was geht ab? Legst du dich hin? Danke. Ah, leg du dich doch auch hin. Das hat mich jetzt gerade angegriffen. Fand ich jetzt nicht so nett. Hey. Hey. Dann halt nicht. Wenn ihr alle keinen Bock habt. Oh, ne. Die Spinner da. Hab ich aber keinen Bock drauf. Kommt der jetzt hinter mir her. Legg dich hin. Danke. Guten Tag. Ja. Sehe ich genauso. Endlich sagt es mal einer. Ich finde die Spinnen so nervig. Oh, Server-Lack. Finde ich auch nervig. Tschüss. Krasse Geschichte. Er ist ein Endermann. Ach, warum? Ähm. Darf ich jetzt hier durch? Oh, ich hab den Fall gefunden. Tschüss. Bin fertig. Ich muss kurz warten, bis der Server sich jetzt wieder beruhigt hat. Okay, wir haben ein, zwei, dreieinhalb Stacks. Ja, das reicht. Das müsste reichen. Oh, Server. Was war denn? Hier war die Botania-Ebene, ne? Ja, ja. Hier unten ist das Atom-Portal, was ich auch schon abgeschlossen hab. Weil's so gut lief. Was? Habt ihr den gesehen, den Mörder? Der ist eiskalt umgebracht, ey. So, fällt mir ein. Äh, das kann ich schon mal vertieren lassen. So. Äh, was braucht sie noch? Einen Schmelzofen kriegt sie. Rissige Steinziegel. Ich hab keine Ahnung, wie ich richtige Steinziegel herstellen soll. Einen Amboss braucht sie noch. Und einen Kohleblock. Ein Boss. Ist ja schnell gemacht. Ja, der Server wird jetzt ein bisschen rummotzen, weil... Braucht ich da sieben oder acht oder neun für? Ich weiß es nicht. Amboss. Hau raus. Oh. Ah ja. Klar. Machen wir uns davon mal acht. Das war auf einmal sieben, wa? Äh, ich hab keinen Platz dafür, ne? Verdoppt. Ist so groß für zwei mal zwei. Ach so. Hier, das kann man eben kurz raus. Dankeschön. Äh, sie brauchte ein Amboss, ne? Fallmacher interessiert mich nicht. Warehouse Emilia interessiert mich auch nicht. Ich guck jetzt nur noch danach, was Alexandra gerade braucht. Das machen wir jetzt noch. Ja, müssen wir gucken. Kriegt sie? Kriegt sie. Einen Kohleblock braucht sie sonst noch. Aber nur ein Amboss. Das ist gut. So, nur ein Amboss braucht. Dann kriegt sie. Spinne zischt. Das ist ja schön für die Spinne. Ne, da freuen wir uns, wenn die Spinne so ein bisschen am rumzischeln ist. Ja, rohe Schweinefleisch sollte ich bestimmt so essen. Das ist eine super Idee. Netarack. So was? So zwei Stacks würde ich gerne auch hier haben. Das kann auch wieder weg. Ja, der kann auch wieder weg. Nether Rhyme Crystal. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen kann. Die müssen jetzt hier. Ne, das ist Dimensional Shards. Wo sind denn die Nether Rhyme Crystals? Wo landen die denn? Ach da. Wir werden jetzt kurz gucken, was ich damit machen kann. Nether Rhyme Block. Rhyme in Steel. Aha. Aha. Ach so. Ja, nee. Toll, was mache ich damit? Ich weiß es halt immer noch nicht, ne? Ich will, Ender Perlen haben wir eigentlich. Zwei Stacks, ne? Ah, fast zwei Stacks. Diamanten brauchte noch irgendeiner, ne? Oh, das waren jetzt zwei Stacks, die ich rausgenommen habe. Irgendeiner brauchte Diamanten, also kriege ich ja Diamanten. Kohleblöcke brauchen wir nicht. Oh. Machen wir 14 Stück. So, was brauchte sie jetzt noch? Eine riesige Steinzieger. Das wird jetzt lustig. Na, ich weiß, wie ich das machen kann. Ja, ich brauche aber nur Stein. Brauche aber nur Stein. Rest weiß ich, wie ich das machen kann. Ist hier oben die Spinne? Ist hier oben oder wo? So, dann machen wir nämlich mal eben kurz Trick 17. Dann gehen wir mal kurz in den Schüssel rein. Steinziegel. Rissige Steinziegel. Schüssel. Oh, da. So, haben wir fünf Stück. Wie viel braucht ihr sie denn? Bruchstein braucht das Warehouse. Okay, 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 okay. Drei Stück. Ja, hat sogar noch jetzt von. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Äh, Guardtower 1 fertiggestellt. Eines in den von zwei Chancen. Guardtower 1. Ach so, hinten am Strand. Ja. Okay. Brown Clay Oak Shingle. Ich freue mich jetzt schon. Brown Clay Oak Shingle. Wie mache ich die denn? Das ist ja genau mein Humor. Aha. Das wollte ich wissen. So macht man die. Viel Sticks habe ich dabei. Ja, keine. Das ist gut. Okay. Ja, gut. Ja, spannend. Ah ja. Danke. Das Rezept brauchte ich. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Das ist mein Problem. So viele für mein Inventor. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Äh, das kann noch rein. Das kann da rein. Das, na, die brauche ich wahrscheinlich gleich wieder. Das kann da rein. Das kann auch kurz da rein. Äh, die Pfeile können auch mal eben kurz da rein. So. Machen wir hier nochmal. So, okay. Da, jetzt brauche ich braunen Farbstoff. Habe ich richtig gesehen, ja? Ich habe alles noch gar nicht verstanden. Verdammt. Wir kriege ich braunen Farbstoff. Aus Kakaobohnen. Oh, das ist nicht euer Ernst. Weil ich so viele Kakaobohnen schon habe, ne? Ich glaube, wir haben zwei. Eine. Na, hier oben eh nicht. Dann hatten wir die entweder hier drin. Hier ist Krabbenfleisch. Klar. Wir kriegen uns auch mal eben kurz hin, wenn wir da alle Einwohner, die ins Bett gelegt haben, können wir das auch mal eben machen. Äh, war hier was drinne? Da waren Schüsseln drinne. Oh doch, wir haben sechs. Ach krass. Doch so viel. Ich muss trotzdem nochmal komplett runter, ey Idiot. Ich mache aber jetzt die Let's Play-Variante davon. Wir werden ja auch irgendwann auf die Nerven gehen hier. Nein. Sau gesünder. Ja, wir müssen auch noch weiter bauen. Aber hier habe ich echt gerade noch keine Idee, was ich machen sollte. Äh, ich brauche Knochenmehl. Ich habe keinen Knochenmehl? Doch. So. Hallo? Ich wollte hier raus. Danke. Ich müsste eigentlich jetzt in den Dschungel rennen. Weil der weht, weil die werden hier nicht pflanzen, äh, nicht wachsen. Das ist das Problem. Die werden hier nicht wachsen. Oh, da müssen wir den Server nochmal kurz ärgern. Gehen wir mal kurz zur Bambusquelle. Oh, holy shit. Ich dachte, ich hätte hier den ganzen Bambus schon weggemacht. Aber es ist auch überhaupt nicht laut. Gott sei Dank. Es hält sich echt super in Grenzen. Wie kann ich den abbauen? So nicht. Messer? Ja. 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 21. Wir brauchen aber ganz viel davon, das ist das Problem. Ah, hier ist ja noch ein bisschen Kakao. Ah, so war jetzt mal ein bisschen Kakaobohnen, wa? Ah, an Tropenbäumen wachsen die, ja? Oh, ich hab' ich hab' vergessen, wie nervig den Bambus, wie viel Bambus hier war. Egal, den können wir gleich mitnehmen. Hier ist kein Kakao dran. So, wir suchen Kakaobohnen. Oder warte mal, wie viel braunen Farbstoff kriege ich aus einem raus? Genau einen. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Das lohnt sich ja mal gar kein Stück. Ich suche Kakao. Ich seh' jetzt zwar Bambus ohne Ende, aber kein Kakao. Da liegen, dass es ein Bambus-Dschungel ist, Kakaobohnen sind. Nicht nur ein Dschungel. Oh, ich hab' schon wieder Hunger. Oh, das ist jetzt hier ein normaler Dschungel, ne? Aber es zählt jetzt immer noch als Bambus-Dschungel. Das ist wie hier oben. Augenscheinlich ist es immer noch ein Bambus-Dschungel. Ah, der Bambus geht mir auf die Nerven. So, jetzt sind wir im Dschungelbiom. Jetzt komm ich hier nicht hoch. Da ist Kakao. Das ist schon mal gut. Hätten wir da schon mal drei Kakao gefunden. Ich soll mal gucken, ob hier oben irgendwo noch Kakao ist. Übrigens, wir werden auch hier irgendwann... Äh, nicht in naher Zukunft, aber irgendwann im Let's Play werden wir hier auch bauen, ne? Das ist ja klar. Oh, hier ist auch schon ein Bambus. Das ist gut. Wo ich nicht hochkomme. Das ist nett. Äh, nicht in naher Zukunft. Nur wenn wir dann hier bauen, werde ich auf jeden Fall den Sound runterstellen. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Das ist doch doof, dass ich da immer nur einen von... ...einem Bohnen rauskriege. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich die jetzt für so eine Scheiße hier verschwenden muss. Das ist mir auch doof. Oh, das ist so unwegsames Gelände, ne? Genau meins. Okay, da werden wir nichts draus kriegen. Äh, wenn wir jetzt Ruckler haben, dann liegt das daran, dass wir hier im Tropen... ...dass wir in den Tropen unterwegs sind, im Dschungel unterwegs sind. Das hast du leider sehr oft im Dschungelbiom, dass deine FPS dann gerne so sagen, so... ...ja, geil, dass du da bist. Dann soll ich wieder rausgehen. Was, du hörst nicht auf mich? Ja, dann... ...helfe ich dir dabei, dass du es freiwillig machst. Oh, da habe ich gerade zwei rausgekriegt. Okay, interessant. Ja, komm, die einzelnen nehmen wir auch mit. Wir können hier jedes Ding gebrauchen. Oh, die Folge... Yo! Die Folge lief vor kurzem, glaube ich, erst. Also jetzt am 1.5. Wir haben jetzt den 1.5. Haben wir heute den 1.5? Oder den 2.5? Den 1.5. Vor kurzem lief die Folge erst, wo wir hier die ganzen Sachen gefunden haben. Block zerstört. Warum? Von wem wurde jetzt hier ein Block zerstört? Ah, interessiert mich nicht. Oh, hier ist noch Kakao. Oh, jetzt war viel Kakao. Uh, hallo. Oh, hier... Oh, hier... Die ganzen... Oh, ja. Die ganzen Ranken hier, ne? Die sind echt... Oh, die sind gerade nicht so geil. Ja, das ist unten. Das ist nur ein kleiner. Den brauche ich dann nicht. So... So... Haben wir nochmal Kakao. Gut, dass wir das schon entdeckt haben, ey. Wie gesagt, gut, dass es überhaupt nicht übertrieben laut ist hier. Das ist... Wenn ich das jetzt gerade... Äh, gerade im Video so anders, als wenn ich brüllen würde, gefühlt brülle ich auch, weil ich nicht weiß, wie laut ich sprechen kann. So, wir haben jetzt ein Stack. Anderthalb Stacks. Das sollte ja wohl reichen, oder? Oh, ich will hier vorn hin. Oh, schön. Das ist auch immer noch... Äh, Kakao. Was ist das denn? Das... Was ist das denn? Ja, dann müssen wir mal eben kurz... Da müssen wir mal eben kurz gucken. Was ist da oben denn los? Ah, das ist ein Berg, der gerade erst gebaut wird, ne? Oder erstellt wird. War der Chunk jetzt gerade erst geladen? Da habe ich recht. Ja, nein. Das ist wieder... Mal ein Chunk, der nicht richtig geladen wird. Weil das Spiel mich mag. Ist das ein Piranha? Ne. Es gibt übrigens auch Piranhas hier im Modpack. Aber ich habe bisher doch keinen anderen Piranha gesehen. Der Berg sieht ja mal cool aus. Ah, verdammt. Was ist das hier? Oh, das sieht cool aus. Oh, hier will ich bauen. Keramik. Keramik Mountains. Hier ist auch noch ein Haus. Verlassenes. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass es hier steht. Ganz viele Steine. Aber ich finde hier keinen Eingang. Ich glaube, da drin ist auch gar nichts, ne? Doch, da liegen Kakaobohnen. Ah. Ein Spawner mit. Spinnen. Klar. Was war es sonst? Ein Spinnen-Spawner. Klar. Aber ich habe ja nicht irgendwas anderes erwartet hier oben. Oh, cool. Ich nenne das hier oben erstmal Waypoint Keramik Mountains. Das ist ja voll cool. Oh, hier oben könnten wir... Oh, hier stelle ich eine Quarry auf. Ist mir egal. Ich stelle hier oben eine Quarry auf und lasse den ganzen Berg abtragen. Ach so, jetzt habe ich einen Temporary gemacht, ne? Hinzufügen, bearbeiten. Keramik. Mountains. Voll cool. Nur gefällt mir echt hier. Gertet schön aus. Ich baue mal hier so ein bisschen Keramik, glaube ich, mal ab, wa? Ja, oder auch nicht, weil wir keinen Platz mehr mehr im Winter haben. Das kann ja hinweg. Wieso habe ich so viel Bambus eigentlich dabei? Oh, Keramik habe ich eigentlich schon bei irgendwo gesammelt. Ja, mir jetzt persönlich neu, aber okay. Spinne zischt. Oh, wo die Spinne wohl herkommt? Hm. Oh, da gibt es bestimmt Blut drin. Aber auch mal nicht. Wir haben ja so schon guten Blut. Mensch, Oil-Biome ist aber cool. Vor allem auch riesig. Oh, was ist das denn hier? Was ist denn hier los? Ach so, übrigens, das ist hier ein Regenwald. Wisst ihr jetzt, warum Kronbacher so viel spendet für den Regenwald? Ja? Wisst ihr das jetzt? Ist nicht so groß, wa? Ob das hier als Regenwald gilt. Das gilt echt als Regenwald. Ja, Biom-Beschreibung ist wieder on point. Was ist das da hinten? Oh, Papagei! Oh, ich will ihn haben! Hey! Wieso sieht das hier hinten so komisch aus? Ja! Kommst du mit? Kakaobohne? Hamburger? Ich hab's sonst nicht. Viel. Naja. Ja, Buddy. Ist so gut. Wieso sieht das hier so komisch aus? Oh, hier könnten wir uns auch einen Mohn mitnehmen. Können wir mal runterspringen. Weil Dschungelrand. Ah ja. Ich hör's. Der Dschungelrand. Was ist das für ein Biom? Mystic Groove. Aha. Aha. Ah ja. Ist das Wasser? Tropical Garden. Ja, in Tropical Gardens könnte man natürlich auch Kakaobumpen finden. Mystic Groove. Aha. Zombie stöhnen. Weitländer spricht. Ja, ja. Sprecht ihr alle mal. Oh, das sieht gut. Das sieht so schön aus hier. Oh, das ist ein Hühnchen. Ist kein gutes Zeichen. Das haben wir damals nicht entdeckt. Was hab ich denn damals hier gemacht? Den haben wir auch nicht entdeckt. Der ist nicht eingezeichnet. Was hab ich denn damals hier bitte gemacht? Schimmel nicht mit mir. Oder? Doch, der ist eingezeichnet. Okay, der ist eingezeichnet. Ach so. Ja, ich weiß auch, wo wir sind. Ja, ich weiß ganz gut, wo wir sind. Ja, hier bin ich nämlich gestorben. Ich bin nämlich genau da. Weil ich nämlich so runtergefallen bin. Von der Leiter. Mobbt mich nicht. Ich bin speziell. Mama hat immer gesagt, ich find was Besonderes. Was ganz Besonderes, hat sie gesagt. Und wenn Leute über mich lachen, haben sie gesagt, lass sie lachen, hat sie gesagt. Und ich lass euch lachen. Weil ihr seid nämlich eigentlich ganz traurig in eurem innersten Herzen drin. Ganz tief. Ich bin Jacob. Entschuldigung, ich... Ja. Ich schäme mich dafür. Etwas. Aber was ich bin besonders... Was ich auch mal lustig finde, ist... Ich bin Wiß ich immer lustig. Wah